Also, was machen wir mit Fyodor? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lilly hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lilly? Ja. Leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist... anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lilly vor Fyodor zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lilly herausholen. Also erledigen wir Fyodor. Ja. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neal. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Sebastian? Wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lilly? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht. Ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lilly. Torres meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich ficke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Gut. Dann kommen wir mal zur Sache. O'Neal. Sebastian hier. Bitte melden. Das stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodor gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Markt? Ja, es gibt einen Nobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich freue mich, wenn es so weit ist. Was ist das? Mach es. Mach schon. Maschinengewehr. Vater. Eisbolzen. Cool. Kapitel 11. Neu verbunden. Was haben wir hier? Toches Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält Einträge in einer ordentlichen Femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet. Keine Ahnung, wie lange ich schon auf Myros und Theodos Rückkehr warte. Zeit ist im Stam ein recht vages Konzept. Und zwar umso mehr seit Lily geflohen ist. Eigentlich hätte sie schon längst wieder hier sein müssen. Wenn ich hier drin sterbe, möchte ich nur, dass die Person, die dieses Tagebuch findet, weiß, dass ich freiwillig hineingegangen bin. Vor langer Zeit habe ich etwas getan. Etwas, das ich bereue. Und deswegen bin ich jetzt hier und warte darauf, Lily hier rauszuholen. Das ist meine letzte Chance auf Wiedergutmachung. Und vielleicht auch ein Versuch, ein neues Leben zu beginnen. So oder so. Habe ich mich mit diesem Plan verschrieben? Was habe ich mit diesem Plan verschrieben? Ich werde... Alter, manchmal... Manchmal ist das so buggy, ey. Wo ist es? Da, 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 so. Na, hier. So oder so, ja, äh, ähm. Ähm, ich werde es durchziehen, komme, was wolle. Aber es ist offensichtlich, dass etwas schiefgegangen ist. In diesem Fall sollte ich nach Hilfe Ausschau halten, wie Kidman es mir gesagt hat. Allerdings bricht dieser Ort um mich herum allmählich zusammen. Hoffentlich kann ich ihn finden, wenn er hineingeschickt wird. Ja, wir haben sie gefunden. Okay, durchquere das Markenfinder einen Weg zurück zu O'Neil. Zu unserer neuen Mission. Oh je, der arme O'Neil, ey. Schon so viel erlebt. Schon völlig vergessen, dass es ihn gibt, den armen Kerl. Baboof! So, das ist ja wahrscheinlich ein langer, langer Weg. Werden bis zu O'Neil. Äh. Einfach mal eiskalt im falschen Weg gelaufen. Hier rein. Sorry. Was ist das? Ah. Hochwertiges Waffenteil. Ich habe nicht so viel, um da jetzt... Um da jetzt reinzugehen. Da ist ein verdammter Computer. Und auf ins Mark. Hoffen wir, dass das Mark noch da ist. Ja, hoffentlich. Das wäre mega bitter. Wuff, wuff. Schaffe ich es bis zur Säule? Drück zum Schreibtisch. Oh, da ist was. Eine Spritze. Hol ich doch gerne. Was ist das denn? Verflüssiger. Diese tragbare verflüssige Einheit wird in Laboren verwendet, um Gase zur Kühlung, durch Kühlung zu verflüssigen. Mit dieser Komponente könnte sie hier hergestellt werden. Okay, damit können wir dann uns diese Eisbolzen machen. Baboom. So, Schalter einfach wieder drauf. Bin mal sehr gespannt. Ach, schon wieder so ein Schalträtsel. Zwei. Sechs. Eine. Einer. Sollte es einfach alle anmachen. Oh, oh. Hm. Die ja. Hoffman. Ja, stimmt. Ah, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist die gute Frau noch da? Hoffman? Sind Sie da? Oh, oh. Noch ein Signal. Was ist hier passiert? Hm. 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 Warum entfängt mein Kommunikator dein Signal? Naja, ist doch egal. Wo bist du? Was? Das ist auf der anderen Seite des Verworts. Das ist ein Sperrgebiet. Uns wurde verboten, dort hinzugehen. Wir haben keinen Zutritt. Wie bist du? Okay, ich verstehe. Ja, wir treffen uns dort. Sei vorsichtig. O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Das sieht ihn nicht ähnlich. Nee, überhaupt nicht. Okay. Oh, oh, oh. Habt ihr es gehört? Hier drin ist der... Operativ mit... Fuck. Warum kann ich das machen? Was haben wir hier? Oh. Hallo. Komm schon. MG. Ein MG. Verdammt. Schade. Oh, nichts drin, Mann. Nichts drin, Mann. Alter, was ist mit dir passiert? Arm verloren, Kopf verloren. Bitter, mein Freund. Bitter. So. Okay. Könnte ich auch nicht aufmachen. War das Ding vorher auch an? Nee. Hoffmans Notizen. Zeit innerhalb des Dämmen war schon immer ein recht kniffliges Konzept. Das Verschwinden des Kerns und der Zusammenbruch mit Union. Oder haben wir das schon gelesen? Ja, egal. Nee, anscheinend nicht. Berge bieten. Na, super. Da liegt jemand. Oh nein. Es ist Hoffman. Tasche für Strohmunition. Nice. Her damit. Sehr gut. Sehr gut. Kann ich mehr tragen von dem Zeug. Alter, was ist das? Wie viel Blut. Gott, da liegt eine. Ich stehe jetzt auf und ich berufe mich. Und da ist noch einer. So, weil ich es kann. Bam. Ey, wieso kann ich dich nicht todtrampeln? Was soll das denn? Jetzt kriegst du noch mal eine Flasche ins Gesicht. Dumme Kuh. Bin ich auf B4? Über deinen Schmodder, ey. Ist das kein Schmodder? Kein Laufenboden habe ich nicht gesehen gehabt. Und nachladen. So. B4. Bin ich auf B4? Wollen wir einfach nur drücken. Okay. Tadadadam. Huch. Hallo. Oh Mann. Ich habe sie hier zusätzlich gesichert. Hm. Da ist noch etwas. Rotmunition. Na, da ist Tatjana. Wunderbar. Erstmal das mitnehmen und dann den guten looten. Ne, ich möchte noch nicht zu ihr. Obwohl, wir haben die ja bekommen. Können wir gleich hin gehen. Okay, was? Computer Datei, Sicherheitsprotokolle. Aufgrund der vertraulichen Art der durchgeführten Experimente haben nur Mobius Operatives mit der passenden Einheitszerebral Chips Kennzeichnung Zutritt zum Labor. Befolgen Sie beim Betreten des Labors bitte alle Sicherheitsprotokolle und beachten Sie, dass Ihre Freigabestufe Sie auch an die in Ihrem Eintrittsvertrag dargelegten Prinzipien zur Nicht-Weitergabe streng geheimer Informationen bindet. Operatives, die versuchen, das Labor ohne die notwendige Freigabe zu betreten, werden einer in den Mobius Sicherheitsstatuten aufgeführten körperlichen Züchtigung unterzogen. Uiuiui. Richtig bestraft werden die. Noch nichts. Hä, Katze? Sie hat ja noch... Kidman hat ja noch Informationen über Theodor. Ein, die habe ich verpasst! Scheiße! Kidman, ich bin's. Was hast du für mich, Sebastian? Mobius. Ein Name. Das war alles. Aber jeder Weg, dem ich gefolgt bin, führte in eine Sackgasse. Und jetzt erfahre ich, dass sie überall sind. Unerkannt vor alle Augen. Ich verstehe nicht, wie. Ich sagte doch. Du wirst Mobius nicht finden, wenn sie's nicht wollen. Es gibt sie schon eine ganze Weile. Sie wissen, was sie tun. Wir wussten, dass du gesucht hast. Wir haben dich beobachtet. Und wir haben dich immer aufgehalten, wenn du zu nah dran warst. Warum? Warum tun sie das? Menschen wollen geführt werden. Aber sie wählen, wer sie führt. Und Mobius will die Menschen nicht führen. Sie wollen sie einsperren. Ganz bewusst. Wenn sie schon alle Medien und Politiker in der Hand haben, sollten sie bekannt sein. Doch sie bleiben im Schatten, weil sie wissen, dass ihr Handeln kriminell ist. Wenn die Menschen die Wahrheit kennen, werden sie Mobius vernichten. Vielleicht ja. Aber wenn Leute die Wahrheit herausfinden, wer würde ihnen glauben? Ja. Eine Verschwörung lässt sich am einfachsten verbergen, wenn die Leute glauben, dass es sie nicht gibt. Verdammt. Verdammt. Wo ist das letzte, das andere Tier? Wo habe ich das verpasst, Leute? Kann mir das einer sagen? Wir speichern noch nicht. Wir machen weiter. Geheimlabore. Das ist wie bei Outlast. Das ist ein Outlast 2 und 1 mäßig. Guck mal hier. Wo sind wir hier? Resident Evil? Es ist ein Laserraum. Da ist Blut. Oh Gott. Tyrants. Doch nicht. Diese ganzen Tanks. Was ist das? Ist da hinten was? Da ist ein Viecher drin. Guck mal. Ich dachte eigentlich, das ist ein Einwohner. Krass. Gehe. Bum. Boah, hier sieht es gefährlich aus. Verdammt, das nervt mich jetzt mit dem Tier. Bisschen krank, man. Da liegt es doch. Was haben Sie in diesem Labor gemacht? Und warum wollen Sie mich hier treffen? Geht. Okay. Ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter. Es wird irgendwo einen geben. Ja, genau. Unsere Anstrengungen waren umsonst. 20% von Unions Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Denn mit so weiter geht es in 20.000. Unsere Anstrengungen waren umsonst. 20% von Unions Bevölkerung... Ja, ja. Ich hab gehört. Ich hab gehört. Ich hab gehört. Ich hab gehört. Okay, also wir haben zwei Wege, wo wir hingehen können. Was ist das denn für eine Tür da? Ja, genau. Als ob. Oh Gott, im Himmel, ey. Ah. Schnauze, dumme Kuh. Lalalala. Ich laufe hier die ganzen Trottel hier rum. Wissen du. Seh ich nicht. Was war das? Ich schick's mir mal den an. Knauze, Mann. Ich seh da niemanden. Fliegt da einfach so von seiner Trage runter. Nicht nett. Es hätte so einfach sein können. Nein, jetzt brauchen wir noch so'n verdammten Chip. Sind wir in so'ner kranken Leichenhalle, Mann? Okay, was ist das? Bericht. Studien zu Anomalien. Das Phänomen verbreitet sich weiter. Wir nutzen den gesamten Laborflügel im Mark nur für die Studien dieses Phänomens. Die Verwandlung der Einwohner erfolgen schnell, brutal und auf morbide Weise. Sie mutieren zu Gestalten, die nicht einmal mehr humanoid sind. Sie haben ähnlich, jegliche Ähnlichkeit mit dem Menschlichen verloren. Wir bezeichnen betroffene Einwohner als sogenannte Verlorene. Wir haben festgestellt, dass sie in der letzten Phase vor der Metamorphose denken, von einer unsichtbaren, aber unausweichlichen Macht verfolgt zu werden. Sobald sie diese Macht erliegen, beginnt ihre Verwandlung. Stem ist ein künstliches Konstrukt. Hier gibt es keine Viren, Bakterien oder Infektionen. Das Phänomen der Verlorene ist deshalb ein mentaler Prozess. Wir tappen immer noch im Dunkeln darüber, wie es sich verbreitet und wer sich als nächstes ansteckt. Vielleicht war der Auslöser schon in den Probanden vorhanden, bevor sie in den Stem getreten sind. Weitere Forschung ist dringend notwendig. Ist hier eine Statue? Eine Statue, bitte. Öffne dich. Haben wir da schon noch reingeschaut? Eine Sicherung. Ah, was haben wir hier? Eins oben drüber. Böhm. So, guck mal. Ich kann auf jeden Fall hier lang, aber dafür muss ich... Keine Ahnung, wo du rumschleichst. Dafür muss ich eins von denen hier verwenden. Gott im Himmel, was ist... Bleib erstmal hier. Ah, da liegt da einer. Kannst mich nicht veräppeln, Mann. Was war das denn? Ich dachte schon, die Tür ist wieder zugegangen. Du bleibst aber schön liegen, oder? Sehr gut. Wo seid ihr? Da ist sie. Woher kommst du? Wieso machst du das? Hörst du mal auf? Sowas macht man nicht. Ey, da drin ist voll unheimlich, Mann. Da möchte ich nicht rein. Den anderen sehe ich nicht. Komm, wir gehen in diese Leichenhalle hier. Guck dir das doch an. Was soll das? Seid ihr Metzger? Sind das Einwohner von Junion? Was hat Morbius mit ihnen gemacht? Keine Ahnung, Mann. Sieht mehr als nur gefährlich aus, als wir die Flinte auspacken, bitte. Ich bin da. Da drin, okay. Licht an. Das ist ein langer Schacht. Mal kurz hier hingehen. Was war das gerade? Untersuchen. Da geht es ja ziemlich tief runter. Oh Gott, der Mebel. Lass dich nicht runterschubsen, Mann. Okay. Hallo? Okay, Computerdatei. Beobachtungen in der Grube. Hier ist es so einsam und unheimlich. Ich werfe diese Leichen, diese Dinger in die Grube. Aber es kommen einfach immer mehr. Warum bin ich überhaupt hier gelandet? Ich höre Dinge, Stimmen. Sie kommen aus der Grube. Das kann nicht sein. Aber wenn sie nicht aus der Grube kommen, dann sind sie in meinem Kopf. Alter, ich kann schon wieder. So. Und das ist noch schlimmer. Akustische Halluzinationen gehören zu den Symptomen. Nein. Ich kann nicht infiziert sein. Das ist kein Virus oder Bakterium. Das ist eine mentale Sache, die nur Bewohner infiziert, deren Erinnerungen umgeschrieben werden. So haben sie es mir zumindest gesagt. Scheiße. Ich muss mich zusammenreißen. Es ist nur die Einsamkeit, die mich so denken lässt. Die Einsamkeit und die Nähe zu diesem verrückten Leichen. Es handelt sich nicht um das Phänomen. What the fuck? Es kommt. Ich muss hier raus. Das ist die alte, oder? Oh, oh. Was willst du von Mia? Halt der Hexe, Mann. Oh mein Gott. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Auf jeden Fall mal auf die andere Seite erstmal. Wer oder was bist du, ey? Ganz ehrlich. Oh komm. Und ich kann das hier drüber gelaufen. Da kann man doch mal klettern, man! Wenn man sich da nicht gegen die Wand lehnen kann, ist ein bisschen seltsam. Wer ist das eigentlich? Wen soll sie darstellen? Oh, ho, 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 ho! Ich dachte gerade, sie geht erstmal nach rechts, okay, dann kommt sie doch erstmal hierher. Boah, ist die alte, super nervig. Okay, wie mache ich das jetzt? Oh!